Ja, hallo Leute, und zwar habe ich mir gerade March of the Eagles auf Steam vorbestellt und jetzt habe ich mir gedacht, es wird in drei Stunden freigeschaltet, das sind noch drei Stunden Zeit, die ich irgendwie nützen muss und da habe ich mir gedacht, mache ich eben noch ein kurzes Video, nämlich ein Abstimmungsvideo, welche Nation ich spielen soll in March of the Eagles. Also ihr müsst wirklich gleich abstimmen, weil das Let's Play beginnt in drei Stunden oder so. Und ja, zur Auswahl stehen natürlich die acht Großmächte im Spiel. Also nämlich Frankreich hier, Großbritannien hier, dann hätten wir Russland und Spanien und was ist das, Österreich und Preußen und die Osmanen und Schweden, das man hier gerade nicht so gut sehen kann, aber das auch eine Großmacht eben ist im Spiel. Also bitte einfach unter diesem Video wie immer abstimmen, welche dieser acht Nationen ich spielen soll oder wenn ihr unbedingt wollt, dass ich irgendeine andere kleine Nation, sagen wir mal jetzt Ägypten oder die Schweiz oder so spiele, dann könnt ihr auch selber diese kleine Nation vorschlagen und wenn die die meisten guten, also Daumen nach oben eben bekommt, bis in drei Stunden, dann werde ich natürlich auch eine kleine Nation spielen. Von mir aus kommen jetzt mal aber nur die Kommentare für die acht Großmächte wirklich. Also bitte, bitte abstimmen und freut euch schon auf das Let's Play in, ja, drei Stunden kann ich spielen, in vier Stunden werde ich dann wohl aufgenommen haben, in fünf Stunden oder so, glaube ich mal, wird die erste Folge vermutlich da sein. Also freut euch schon mal drauf und bis nachher. Tschüss!